Was ist die Liste des Museums? Wir haben uns entschieden für dieses Werk. Wir haben die Liste bekommen mit Werken des Museums und haben dann gesehen, dass ein Madonna-Bild dabei ist und haben uns dafür entschieden, weil wir in unserem Programm für Februar dieses Stück Ave Dulcissima Maria schon im Programm hatten und das so gut dazu gepasst hat. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass ein klassisches Bläserquintett ein Stück der Renaissance spielt und Gesualdo hat es mir aber angetan. Es ist ein besonderer Komponist. Er setzt die Worte sehr direkt im Rhythmus um und hat eine ganz spannende Harmonik für seine Zeit. Und wenn ich auf dieses Relief gucke, dann fällt mir ein, diese innige Beziehung, die da herrscht zwischen Maria und Jesus, also dieses Fokussieren auf dieses Gefühl. Und das sehe ich bei Gesualdo gewissermaßen auch, obwohl die Musik viel später entstanden ist. Und es ist in der Musik eine unglaubliche Klarheit des Ausdrucks. Und Gesualdo hat einen besonderen Grund, Maria um Vergebung zu bitten. Er hat nämlich eine Straftat begangen, würde man heute sagen. Er hat seine Frau umgebracht. Er ist ein Mörder. Es ist nicht ganz erwiesen, ob mit eigenen Händen oder seinen Mannen. Aus Eifersucht hat er die Frau umgebracht. Und er hat viele weltliche Matrigale geschrieben. Und dann um 1603 rum hat er zwei Bücher geistliche Motetten geschrieben. Und man vermutet, dass es ihm ein Bedürfnis war, um Vergebung zu bitten. Und deswegen, das Stück fängt an mit so einzelnen Linien, die ineinander verschränkt sind. Aber genau da, wo die Aussage kommt, O Maria, bitte für uns bei Jesus. Da ist ein Akkord, also eine akkordische Folge. Und das ist die zentrale Aussage, dass er um Vergebung bittet. Und die von ihm vermutlich oder seinen Mann umgebrachte Frau hieß Maria. Also schließt sich dort der Kreis zum Berger. Madonnen-Bilder haben wir viele hier im Bodemuseum, weil das Bodemuseum sehr viele christliche Bilder hat. Und das Bild der Maria mit Kind ist natürlich ein Hauptmotiv der christlichen Kunst. Was ich sehr interessant finde, ist das in Ducissima Maria. Also das ist die süßeste oder die sanfteste Mutter. Und tatsächlich, wenn Sie das Verlier von Donatello anschauen, ist die Nase des Christuskindes hinter dem Profil der Maria. Also sie küssen einander fast. Und das ist diese unglaubliche Lieblichkeit und Liebe zwischen den zwei Figuren, die so ausgedruckt wird. Und dann im Titel Ducissima Maria, das passt absolut dazu. Es ist ein sehr, dass diese Sänfte und diese Lieblichkeit hat, aber auch gleichzeitig für Mann dafür eine große Strenge hat, wegen der Profildarstellung und der Umrahmung. Es ist ein sehr monumentales Werk. Man kann sich richtig vorstellen, dass vielleicht Gesualdo in seinem Palazzo auch irgendwie ein ähnliches Bildnis hatte und da vielleicht dann wirklich davor niedergeknet ist und um Verzeihung gebeten. Und Mutterfiguren gibt es in vielen Religionen und wenn man sich Vergebung erhofft, dann ist es in der eigenen Erfahrung als erstes von der eigenen Mutter. Und dann ergibt es möglicherweise, versetzt er sich in einem solchen Bild und möchte wie das Kind dann die Liebe der Mutter erleben. Und dann ist es ein sehr, das Kind dann die Liebe der Mutter. Und dann ist es ein sehr, das Kind dann die Liebe der Mutter. Und dann ist es ein sehr, das Kind dann die Liebe der Mutter. Und dann ist es ein sehr, das Kind dann die Liebe der Mutter. und dann ist es ein sehr, das Kind dann die Liebe der Mutter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020